Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von The Witcher 3 Blood & Wine Und erstmal liebe Grüße an Jemmile Immerhin hat sie sich das ja gewünscht Und jetzt stehen wir hier Ja, das letzte Mal, dass ich Witcher gespielt habe, ist jetzt gefühlt anderthalb Jahre her oder so Deswegen, wir gucken mal Also die Steuerung ist irgendwie ein bisschen ruckelig, habe ich so den Eindruck Aber in der Aufnahme sieht das irgendwie gar nicht so aus, aber gut So, wir ernten jetzt die Umgebung ab Aber erstmal setzen wir auf unser Pferd auf So, wir wollen ja die Quest starten Mit der war Blood & Wine machen können Oh, ich glaube, das können wir hier schon tun Gut, jemand weint hier Vielleicht sollte er mal das Schwert wegstecken Nee, der ist ja lustig, ey Ich kann nicht mal sie trösten, ey, also ehrlich Na gut Mit der Bäuerin rede ich jetzt mal nicht Ich möchte jetzt Was? Aufruf an Geralt von Riva mit der Brücke im Wappen Okay Ich glaube, das ist sogar die Quest, die wir brauchen, oder? Ah, jetzt haben wir nämlich ein neues Ziel, ne? Okay Wechsel A und D Alles klar Diese Steuerung, ne? So Gesandte und Männer des Weins Was macht denn unser Pferd jetzt da hinten am Arsch der Welt Kann mich nicht daran erinnern, dass das immer so extrem geruckelt hat beim Hin und Her gehen Egal So, wir geben jetzt Gas Bleiben erstmal am Zaun hängen Wir machen die Pflanze dabei groß Das mache ich gerne Damit die Leute hier auch einen guten Ertrag haben Ja, das Spiel ist natürlich total bugfrei Wir haben Brennnesseln größer gemacht Das ist ja blöd Pferd Ach ja, ich erinnere mich, dass die Steuerung erstmal gewöhnungsbedürftig war Ja, Kind Wenn du da Steine drauf wirfst, dann wird das Haus wieder heile Das würde ich auch so machen Triff dich in Hohlweg mit den Rittern aus Toussaint Ja, ganz so lang müssen wir jetzt ja nicht reiten Hoffe ich mal Das sieht aber Oh, da hängt einer Oder hängt zwei Der sieht nicht mehr so glücklich aus, glaube ich Der wackelt noch im Wind, der Gute Oh, der hängt schon ein bisschen länger da Müsste Wir haben ja gelernt in Anatomie Dass Muskeln das ja alles zusammenhalten oder nicht Müsste das Ding da oben jetzt nicht runterkrachen Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon So, bei dem ersten Kampf musste ich mich auch mal wieder ein bisschen einspielen Oder erst ein bisschen einspielen Und da wägt so ein paar Blümchen Alter, warum hältst du denn hier? Gott, der hat ja nicht mal die Hände gefesselt hier, also ehrlich Was sollen denn die Leute denken, die hier vorbeigehen? Der Wald sieht so abgerodet aus, ey Ah, so sind wir schneller, das ist gut Wollte er jetzt voll reinreiten Warum geht das denn nicht? So bin ich da aber nicht angekommen Die haben immer so schicke Hosen an Vor allem Gerald Er ist durchs Pferd gegangen, wie cool Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt Der Greif bei Weisgarten Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen Dann stoßen wir früher oder später auf Gerald Ach du Scheiße Ist lange her Die Freude ist ganz auf unserer Seite Verzeih die bescheidene Stube Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen Hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen Er behauptet, es sei die beste im Dorf Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison Geht es in dieser Gegend drunter und drüber Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben Um Tribut zu fordern Milton und ich werden ihnen das austreiben Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen Wo immer wir auf sie stoßen Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht Aber bitte sei so gut und warte auf uns Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind Haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten Ähm Was nehmen wir denn jetzt? Also es ist beides schlau, ne? Wenn ihr diesen Banditen besiegt, kommen die Nächsten Das heißt, wir müssten einfach in die Quelle reingehen und da alles wegmachen Wir könnten aber auch helfen Ich weiß es nicht Es hat keinen Sinn, die Banditen zu beseitigen Wenn ihr sie tötet, kommen die Nächsten und die sind vielleicht noch schlimmer Dem Bösen begegnen und wegsehen Wie ehrlos Ihr könnt nicht immer hier sein und die Leute vor allen Gefahren beschützen Ich habe gehört, wie sie euch gebeten haben, euch nicht einzumischen Dafür dürften sie gute Gründe haben Du meinst, wenn wir helfen, dann sind wir für ihr Schicksal verantwortlich? Meiner Treu, diese Bürde ist zu schwer Geralt spricht weise Wir kennen weder das Land, noch die Leute, noch ihre Bräuche Und unser Auftrag ist ein ganz anderer Die sind so hässlich gekleidet Ach, wie ich Toussaint vermisse Dort ist alles so einfach Bald, mein Freund, bald Lass uns Geralt jetzt das Ersuchen unterbreiten Wie die Tradition es verlangt Wolltet ihr das nicht nach dem Kampf machen? Nur Mut, Palmerin Okay, wir sprechen erstmal Mut zu Die Bauern kommen zurecht, Palmerin Sie müssen seit Menschengedenken mit Banditen fertig werden Das ändert nichts an der Betrübnis meines Gewissens Na gut Dann bin ich jetzt ganz ohr Wir müssen dringend zum Friseur und unseren Bad wegmachen lassen Also raus damit Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin Vollständig und traditionell überbringen Denn Tradition Ist in Toussaint heilig Schon gut Ehrenwerter Geralt Schlechter von Monstern und allem Übel Das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält Konnte ich da auch ratlesen, ja? Wenn du verstehst den Unschuldigen und Witwen und Weisen Deine Hilfe zu gewähren Wirst hiermit gebeten Einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen Befreie uns vom Biest Das das Blut durch die Gassen fließen lässt Und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt Eile uns zur Hilfe, Hexer Um dieses ersucht dich demütig Die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt Herzogin Anna Henrietta Anna Henrietta Was für ein Name Das hat Anna Henrietta gesagt, wortwörtlich Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt Bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt Den Rest hat der herzogliche Kammerer hinzugefügt Du weißt ja, wie das läuft Ja, ich entsinne mich Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell Dass eine stattliche Belohnung bringt Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären Dieses Biest Erzählt mir mehr Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen Das je an mich herangetragen wurde Sicheres Höflichste Und jetzt, da der Form genüge getan ist Möchte ich mehr über dieses Christ hören Falls es eines ist Das ist gewiss Auch wenn es noch niemand genau gesehen hat Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer Schau, dies sind einige Zeichnungen Nach den Beschreibungen derer, die behaupten Das Biest erspäht zu haben Sie unterscheiden sich leider sehr Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn Na, was kommen jetzt für geile Bilder? Zwei Als die Herzogin vom Zweiten hervorschickte Sie uns sofort los, dich zu holen Und dir Land und Schätze anzubieten Falls du ihre Bitte erfüllst Es weht ein böser Wind, Geralt Das Biest hinterlässt keine Spuren Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie Beide Opfer waren Adlige Und bald beginnt ein Turnier Also einmal hatten wir da den Slenderman Das habe ich ja gesehen Und das Tentakelmonster Und einen missgestalteten Drachen Ach, das soll ein Mund sein Ich habe irgendwie gerade an was anderes gedacht Aber gut Ein Biest Ja, ein Biest benutzt schwarze Magie Hat schon jemand versucht, das Monster zu fangen Turnier Also wisst ihr, hier streift ein Monster durch die Gegend Irgendwas irgendwie Slenderman sein könnte Oder das Tentakelmonster Oder was weiß ich was Mit einer sehr großen Öffnung Hust Und die sorgen sich um das Turnier Das Biest bedient sich schwarzer Magie Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett Zwischen zwei Gängen verschwunden Unbemerkt Es gab nur ein offenes Fenster Und dann Geschrei auf der Straße Als dort die Leiche gefunden wurde Slenderman Beim zweiten Mord war es ähnlich Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer Das Haus war voller Diener und Wachen Das Biest hat ihn trotzdem erwischt Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift Und dort umgebracht Wiederum unbemerkt Auf dem Marktplatz Unbemerkt Der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt Und mühelos tötet Aus Gründen, die niemand kennt Ein Geist Ach, dann versuchen wir mal Ob schon jemand das Monster gefangen hat Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele Aber niemand hat es geschafft Das Biest ist klug Es geht in keine Falle Und greift stets überraschend an Wie ein Geist Glendor Wir brauchen einen erfahrenen Pferdenleser Der sich mit Monstern auskennt Kurz, wir brauchen dich Natürlich Jetzt muss ich wieder alles regeln All die Aufträge Ha, als dann Auf nach Toussaint Wolltet ihr nicht gerade noch Banditen töten? Was stimmt denn nicht? Oh, jetzt geht's los Jetzt kommen wir in schickere Gegenden Die vornehme Irgendwas Und wer hätte es gedacht Ladebildschirm Und der dauert auch überhaupt nicht lange Nein Aber wenn ich allein schon diesen Palast Am Hintergrund sehe Und dann einfach nur da durchzugehen Und sich alles anzugucken Ist ja schon geil Also ich mag das Ja gerade in diesen Spielen Die so aufwendig gestaltet sind Ich hatte ja auf Chihiro Gaming Auch das normale Witcher Let's Play Hochgeladen gehabt Und Hearts and Stone Ja Aber gut, das hatte ich dann ja alles gelöscht Vielleicht werde ich es dann nochmal spielen Also ich habe auf jeden Fall Lust Es nochmal zu spielen Weil es einfach so ein geiles Spiel war Einige Tage später Ein Baum Die Musik Toussaint Land des Weins Land der Liebe Genau wie ich es in Erinnerung habe Boclaire hat sich in den letzten Jahren verändert Du wirst sehen Schau dich um Wenn du dazu kommst Dann wirst du es bemerken Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen Fahrende Ritter Elfenschlösser Du findest uns doch nicht merkwürdig Ich zeige dir wie normal wir sind Das schwöre ich beim Raya Ja dann ziehe ich erstmal normal an Mein Freund Wird der jetzt gegessen? Das Rad Natürlich nimmt er jetzt das Mühlending in die Hand Es war ja klar Naja irgendwann können sie jetzt Lasagne machen mit dem toten Pferd da hinten Jetzt kommt der Kampf Alter ich muss mich hier erstmal rein Kämpfen Schafe Für meine Herren Oh mein Gott Ich war ein Monster Zu trüben Für alle Einer für alle Für alle Aber Geralt kann sich echt gut wegrollen Ich meine wir haben da so einen fetten Blutfleck hinterlassen Aber das juckt niemanden Der Typ ist down Und ein Schaf hat uns richtig zur Seite gemacht Meine große Bestie Nicht sehr klug Sie eigenhändig anzugreifen Liebe fußt nicht auf Weisheit Hexer Also Geum Raus damit Welcher Holdemeid hat dich zu dem Schwur bewegt Den Abschaum zu töten Die schönste von allen Wer ernst Wenn er ihren Namen nicht nennen will Muss er es auch nicht Ich kenne dich nicht Herr Und du scheinst kein Ritter zu sein Doch für deinen Beistand bin ich dankbar Er hat eine Brustwarze Der Riese Diese Trophäe soll dein sein Wie ist denn der Riese hierher gekommen? Ein Riese So nahe bei den Menschen Seltsam Das war kein gewöhnlicher Riese Sein Name war Goliath Angeblich war er einst ein Ritter Und hat seine Schwüre gebrochen Deswegen hat die Dame vom See ihn In einen wilden Riesen verwandelt Und auf die Gorgo verbannt Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen Die Jums Jagd war nobel Oh Nur ein bisschen dumm, ne? Aber das ist deine Geschichte für gemütlichere Orte Ja, wir nehmen jetzt die Trophäe Ich nehme die Trophäe gerne Vielleicht zahlt jemand dafür Du hast gut gegen den Riesen gekämpft Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen Doch ich habe geschworen Der Herr in meines Herzens Den Kopf eines Monsters zu bringen Wie der berühmte Gottfried Der Riesentöter Gottfried, ey Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich Das überlassen wir besser Gerald Auf mich wartet eine andere Herausforderung Wenn Gerald das Biest töten soll Muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat Es wurde eine Leiche angespült Am Fluss beim Basilisk Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin Ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln Wohl an denn Ich reite zur Stadt Und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft Wir treffen uns später Bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz Und ich geleite dich dann zur Herrin Ich finde ja Geralt hat so voll Die Busen Also so ein BH mit in seinen Oberdingster Was ist das überhaupt für ein Oberteil? So eingearbeitet Er hat bestimmt schon so ein B-Körbchen Da Merton ist da hinten Ja, wir haben mal eben den Kopf mitgenommen Aber wir sehen nicht richtig, dass der Kopf mitgenommen wurde Ähm So können wir zumindest besser gucken Ihr guckt schon so lecker raus Okay, vielleicht hat er doch keine Brustwarzen Doch da Da Sag ich doch Eine Brust und eine Brustwarze Na gut So für den ersten Part Mit dieser schönen Aussicht Beende ich jetzt aber erstmal hier Weil wir 20 Minuten aufnehmen wollen Und dann sage ich Vielen Dank fürs Zuschauen Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben Und damit schau Und bis zum nächsten Part